Florian Horsi! Jetzt gibt es noch Rauferei an der Berliner Bank. Kräftiges Handgemenge. Vorne Conor im Gewühl. Felski hat Frust genug. Ja, das ist Eis-Okay. Die Augsburg sind natürlich frustriert. Ob die 3 zu 0. Aber die Eisbären halten super dagegen. Das West kann ich mich noch erinnern. Aus Mannheim. Die Mannheimer Roll schon eine kleine Auseinandersetzung. Diesmal mit Daniel Weiß. Aber warum das überhaupt los ging, habe ich nicht gesehen. Ach, hier kommt der Jack gegen das Knie vom Augsburger Verteidiger. Und das merkt sich natürlich, Daniel Weiß. Schüsse Zone zu ferns. Ich DAMN soll mal auch dieuerung Schüsse machen.